Vielen Dank, Freunde! Ganz intensiv und ich muss sagen, der erste Erfolg stellt sich schon ein, Alex war schon mal kurz, weil die Suppe war verlobt durch, die Suppe, unglaublich und ich steige jetzt auch mit ein, weil das ist natürlich günstiger, die Suppe kann man nicht nehmen, wenn man will, denn da verheiratet ist es nicht ganz so. Deswegen ein sehr, sehr gutes Produkt, wir kosten es immer wieder gerne, also kostet euch mal durch, schaut vor allen Dingen rum, aber vergesst nicht, es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, die man hier beachten muss, ich habe das hier mal vorbereitet, das ist ja ein Lebensmittelbetrieb, das heißt, das sieht natürlich scheiße aus, aber es hat durchaus seinen Sinn, nicht, dass dann in der Suppe hier, ihr wisst schon, das wird jetzt gleich fotografiert, das ist mir natürlich unangenehm, das geht ja heutzutage so fort, geht das in die sozialen Netzwerke und wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich wahrscheinlich nicht mehr reingelassen, egal!